Wir befinden uns hier an einem Unterstand des Tiergeheges in Kiemsuchsdorf. Und es hat jemand dran geschrieben, es wird nie mehr so wie früher. Tja, das könnte man sagen. Derjenige der es geschrieben hat oder diejenige hat vielleicht eingesehen, dass sie älter geworden ist. Und jetzt singen wir das mal. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Die alten Lieder, die kommen nicht wieder. Denn wir werden bald auch älter sein. Ah, tschüss erstmal.